Es braucht mehr als Waffen, um einen Mann zu töten. Du denkst, ich bin dein Feind. Ich bin dein Feind. Aber dein Feind wird nicht weg sein, wenn du mich tötest. Dein Bruder? Ist er noch im Gefängnis? Dein Bruder war Anarchist. Mein Bruder war ein Revolutionär. Ich hatte das Gefühl, dass jemand etwas vorhat. Immerhin ist er am Leben. Bitte niemanden um Hilfe. Wo ist er? Das, euer Kameramann, mein Bruder ist. Und auf der Straße würde er keine zehn Minuten am Leben bleiben. Die Welt sieht, was hier passiert. Das ist in Moskau. Hast du verstanden? Und wann soll es passieren? Es geschieht seit tausend Jahren. Wir hatten einen Deal. Hau sofort ab, Mann. Tue du, was du tun musst. Und es liegt an uns, das Werk zu vollenden. Glaubst du, wir spielen mit dir hier Spielchen? Ich habe keine Angst zu sterben. Wenn ich könnte, würde ich mich anzünden. Wieso setzt sich niemand mehr in Brand? Wo ist mein Bruder? Hau ab, schnell, verschwinde! Ich sterbe. Wieso? Wir sieben, wir sieben, wir sieben. Wir sieben, wir sieben, wir sch JSZP. Wieso io? Vielen Dank.